Hallo, hier ist der Zolti. Wie ihr seht, wunderschönes Wetter, 20 Grad und das im Februar. Ideal, um ein paar Kurven zu fahren. Wir sind hier in Tornach, Kanton Zolleturn und ich fahre jetzt hoch zum Gempen. Gempen ist ein ganz beliebter Durch für Motorfahrer, sehr kurvenreich. Ich bin gespannt, ob ich das wirklich noch gut durchkomme. Ich halte meinen Mund und melde mich wieder oben. Ich halte meinen Mund und schaue die Reimundungen an. Sogar das ist ein wirkliches Wetter. Ich halte mich jetzt hier in der Zeit zum Gempen, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020